Wo geht denn das hier weiter? Warte mal, die Steine? Ne, das bringt auch nichts, oder? Das habe ich auch schon versucht da oben. Aber vielleicht können wir hier eine Mauer bauen. Was man hier einen Stein baut, so, damit man es doch kann. Ich habe schon einen geholt. Warte, soll ich die mal hochreichen? Ja. Das ist so geil. Da ist Megacore und das Licht versteuern. Willst du vielleicht hochgehen, ich gebe dir das. Na? Boah. Jetzt. Oder auch nicht. Prüfen. Halt hoch, hoch, hoch. Ja, ich darf was warten. Erst irgendwie aufrecht hinstellen. Mhm. Kannst du es nehmen? Ne, das muss über die Kante gucken. Das ziehe ich mich immer am Boden. Hä? Hina, was geht vor dir ab? Wie hast du das jetzt gemacht? Mit dem Katerpult? Mit dem Katerpult? Wieso bist du f... Ich bin da unten drangeklatscht. Wieso bist du weitergekommen? Ähm, das... ähm... Hier ist ein Schloss. Kann man das irgendwie kaputt machen? Schlösser gehen glaube ich kaputt, wenn du irgendwie einen Stein findest in der Nähe. Angel. Ja, das ist so... Bringt das nix. Das muss richtig hoch gucken. So. So weit muss das raus gucken. Dann kann ich es schön entgegen nehmen da oben. Halt es einfach mal so fest, dann kletter ich hoch. Wie hast denn du vorhin das Schloss kaputt gekriegt? Da lag ein Stein unten drin. Da hab ich immer dagegen gedonnert damit. Dagegen gedonnert. Nein! Nein. Ach, Mann! Scheiß Schloss geht kaputt! Scheiß Schloss geht kaputt! Ach, Mann! Ansonsten denke ich hab' versucht, gut auch nochmal hier rüber zu kommen. Jetzt versuch mal hier meine Brechstange anzunehmen. Ich probier's nochmal mit dem Katapult. Ja, das klappt nicht doch. Hupsi. Weil das steht nämlich jetzt genau am Abgrund. Ja, ich hab's schon gesehen. Stonehenge. Warte mal. Bestimmten Archivement. Kannst du die Stange da unten nicht nehmen? Nee, ich komm' automatisch mal an die Tür. Warte. Scheiß Schloss. Warte mal, ob hier noch irgendwas anderes zum kaputt machen ist. Alter. Äh. Ich soll mit dem Stein gehen. Hast du das jetzt wenigstens mitgenommen? Oder wollen wir die Eisenstangen... Oder warte mal. Haben wir hier einen kleinen Stein, wie du den mitnehmen kannst? Schmeiß du da mal einen hoch. Obwohl, das kriegst du ja nicht hin. Mal gucken, wie weit er kommt. Kann man das Fenster vielleicht einschießen? Oh, wie lame. Ging das? Ist da was kaputt gegangen? Fenster bringt nichts. Du musst halt wirklich aufs Dach... Eisen ziehen. Hä? Versuch du bitte mal, ob du das mit dem Stein hinkriegst. Vielleicht brauchen wir ja den Schlüssel von drüben. Der Schlüssel? Nein. Oder dieses... Diese Blechstange. Ja, ich krieg die hier nicht raus. Die steckt unter der Tür. Ich bin dafür, dass wir einfach alle einmal runter springen, dann seid ihr hier bei uns. Bevor wir jetzt noch irgendwie 10 Minuten... Oder so 50. Ne, das ist ja nicht Sinn der Sache. Man muss das ja irgendwie so hinkriegen. Aber ich bin jetzt auch nicht weiter gesprungen. Ja, dann... Wo ist... wo seid ihr denn jetzt? Hinter dem Tor. Da ist ja irgendwie so ein Schlüssel. Und wo soll der Schlüssel liegen? Vielleicht in so einer Hütte hier, wo wir sind. Der ist in der Tür eingeklimmt. Unten am Türspalt. Kriegst du ihn da auch nicht mehr rausgezogen? Nein, Danger, versuch mal jetzt, wenn ich die Tür dagegen drücke. Ach so. Ihr habt denn das da reinbekommen. Ja, ja, ja. Ja, ich hab'n... Oder? Warte, er hängt doch. Jetzt hab' ich'n... Ja, ist die Frage jetzt. Wie kriegt ihr das? Deswegen hat er ja versucht, den durch die Tür zu backen. Dann können wir eigentlich nur mit dem Katapult rüberschießen, ne? Eigentlich ja... Wenn der aber weg ist, ist er weg. Jetzt fang' hier nicht an, schon neue Sachen zu machen, bevor die anderen nicht hier sind. Boah, jetzt wär' ich fast runtergefallen mit dem Teil. Ja, aber wenn da ein Schloss ist, musst du doch eigentlich einen Schlüssel geben. Nein, ich hab' das dringlichen Stein... Ja, der Stein ist der Schlüssel! Nein. Also, ich hab' das vorhin... Da lag ein Stein... Da bin ich einfach immer wieder dagegen gerannt. Gegen das Schloss. Und dann ist da ein Teil vom Schloss, also das ist dann abgefallen. Oh. Ich glaub' nicht, dass das ankommt. Nein, mal sehen. So, die Brechstange liegt hier drin. Näh, nöp. Na, kann doch nicht sein. Jetzt spring' ich hier. Dieter. Was? Dieses Schloss, oder wie? Ja. Inso Danger First Trash, das ist offen. Nee, der Stein ist zu groß. Pinguin, kommst du auf? Hey, soll ja das gehen. Aber, dass du auch da rüber gekommen bist mit dem Katapult, find' ich komisch. Ja. Aber ich glaube, bei meinem Schloss war kein Schlüsselloch, ich bin mir nicht mehr sicher. Hallo Pinguin! Habe ich mal versucht, den Karren da rein zu fahren? Ich glaube, das Ding hier muss länggeschoben werden, bei der Lücke. Ich glaube, das Ding hier muss länggeschoben werden, bei der Lücke. Wo ich grad bin, ich glaube, da muss das Ding länggeschoben werden, dieser Wagen. Da? Da? Warum? Ja, guck mal, da ist so ne kaputte Brücke. Achso, stimmt, da oben. Oder was? Kann man nicht einfach ziehen, ist einfach, oder nicht? Ja, guck mal, das hat ne Lenkung. Okay. Jetzt geht's schon nicht weiter. Wie ist das denn? Ja, zieh mal jetzt. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Muss aber da hin, das geht gar nicht anders. Nee. Ja, gut. Wie das aussah. Bäm. Hör mal auf, hier. Hehehe. Hoch auf dem goldenen Wagen. Ist ja so ähnlich. So, reicht das. Muss. Komm, bisschen Kimsel, oder? Was sagt ihr? Und eins. Und drei. Hehehe. Wie ist eben auch da. Wie. 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 immer noch so ein schritt ist so ja der von getrunken ich habe mit dem arsch dabei so wackelt das sieht aus das sieht gerade sehr lustig aus bei euch beiden ja was soll ich machen mann ey, das ist schasse, was soll die scheiße wenn der wie immer nach oben geguckt hat gerade das sah so steif aus da sollen wir dich gleich abholen kommen Das ist scheiße. Wieso musst du eigentlich immer wieder nach unten gucken? Das ist jetzt null Sinn. Ich hab gucken, bis sie irgendwie da... Du HALTE! Keiner da. Oh Mann. Hui, das Fass rollt runter. Oh, das Fass ist irgendwie für was nützlich. Genau wie die Stange. Ich, äh, versuch mal vom Fass auf das Dritte kommen. Okay. Okay. Okay.